Das deutsche Sport- und Olympiamuseum ist das einzige seiner Art in Deutschland. Im Mittelpunkt des Museums steht die Begegnung mit dem Sport und seine Bedeutung als Kulturfaktor. Aktivität, Kommunikation und die Wechselwirkungen des Sports mit anderen gesellschaftlichen Bereichen machen dieses Museum so interessant. Als lebendiges Museum konzipiert, schafft das Museum mit der Mischung aus historischem Ambiente, moderner Technik und Originalobjekten für den Besucher einen Erlebnisraum, der auf attraktive Weise Einsichten in die Geschichte des Sports und die Verbindung von Sport, Kultur, Medien und Gesellschaft vermittelt. Dafür stehen dem Deutschen Sport- und Olympiamuseum ca. 2000 Quadratmeter Aktions- und Ausstellungsfläche zur Verfügung, auf denen die Dauerausstellung sowie Wechselausstellungen zu aktuellen Themen ihren Platz haben. Der reichhaltige Sammlungsbestand des Deutschen Sport- und Olympiamuseums umfasst derzeit rund 100.000 Objekte verschiedener Kategorien. Bekleidung, Sport- und Spielgeräte, Medaillen, Urkunden, Sportpreise, Kunstplakate und Objekte, Grafiken, Fotos und andere Dokumente. Fernandes, gegründetigt. Wir haben das ganze rohliche Unterricht, die wir nicht überlegen, sondern wir können hier nicht überlegen, Menschen können hier nicht überlegen, aber wir können hier nicht überlegen, Vielen Dank.